So liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde Battlefield 1 auf diesem Kanal. Letzte Woche haben wir noch Fortnite gespielt. Jetzt ist erstmal wieder eine Runde Battlefield ran. Premium Trials Armenien. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir irgendwas reißen können. Ich hoffe, die Runde hat noch nicht angefangen. Wir standen gerade erst mal rein. Mal schauen, was hier passiert. Na komm, bleibst du mal? Jawoll. So, gehen wir mal in der Gruppe rein. Okay, wir sind schon ein bisschen drin, aber wir sind zwar noch in Führung. Hier läuft ja irgendeiner. So, das war für uns. Boah, Steuerung gerade. Na. Bisschen oben. Boah, schlecht, 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 schlecht. Boah, was ist denn hier los, ey? Boah, nicht warm gespielt. Noch hatten kalt hier. Boah. Naja. Ja, gehen wir mal da. Das wäre hier. Ich hoffe, hier rum. Das sind schon mehrere. Toll. Ist doch nicht sein Ernst. Der liegt doch auf dem Boden. Die Hälfte ist geschafft. Weiter so. Den einen haben wir noch mitgenommen. Aber ich dachte, der wäre von uns das Gas gewesen. Also, wenn steht man denn von eigenem Gas? Ach, der steht da unten die ganze Zeit drin. Warum sagen die denn hier nichts? Herzlichen Glückwunsch. Scheiß doch, die Wand. Was ist hier los, ey? Ich komme rein, spawn, tot. Ich bin fast tot, Leute. Das ist ein Kollege von uns. Das schaue ich nicht. Kann man eigentlich von hier irgendwo rein? Ich glaube nicht, was? Ah, doch. So, wen noch? Ach, da bin ich gehört. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, der ist schon tot. Alter, was ist denn hier los, ey? Boah. Ich bin noch mal gut, der Ose. Schockierenderweise. Das ist vor allem nicht bestimmt immer noch hier, oder? Hä? Nein! Ach, der hat mich so schnell gesehen. Ha, ha, ha. Aber es sieht so aus, als ob diese Runde an uns geht. Ich bin jetzt im Haus. Ich bin jetzt im Haus. Sonst stehe ich ja da. Ah. Nein. Nein. Hier rein. Keiner. Boah. Boah. Noch einer. Ne. Es geht los, Marsch. naja er schon wieder der fried hat mich wieder erwischt schade 10 zu 8 geht besser aber für die erste runde ist ganz okay ich würde sagen wir hängen noch mal eine runde ran leute wir sehen uns gleich in der nächsten runde out rein doch mal hier rein wo schätze mal gucken wir auch kommen die runde gerade ist ja perfekt ich kann mich verarschen warum finden wir hier nicht gekillt die wir unsere idioten zu dumm sind um den umzubringen hier kommen wir gerne hier kommen wir gerne ich bin oder hahn ja geil jetzt kann ich hier nicht runter weil wir dann direkt tot sind jetzt aber jetzt aber da lang hinterher scheiß doch die wand dann leute da schade ich habe gekriegt den zweiten auch noch man sagt mich ist ein schüler häuser drauf der ist schon wieder da oben drauf meine fresse ganz ehrlich da hinten war da einer dann werde ich gesagt nicht mehr viel gefüllt dann wäre ich platt gewesen Oben ist keiner Unten laufen wir mehr rum, beziehungsweise unten sind welche drin Er ist gekillt, ja Oh, ich werd von hinten abgeschossen Boah, ey, ganz ehrlich, das ist aber ein sehr kurioses Spiel hier gerade Meine Kollegen spielen irgendwie, weiß ich nicht, leicht verblödelt anscheinend Alter, Steuerung hat mich aber auch nicht Was ist denn hier los, ey? What's up, Baby? Wieso bist denn hier gerade gestorben? Oh, mach keinen Quatsch hier Oh, mach keinen Scheiß, Alter Alter, warum dreht er sich denn hier so lange? Hier ist noch einer drin Irgendwann ist hier noch einer Ist der da oben? Hier ist der da oben Ah ja Das war doch klar, dass er mich jetzt sieht Alter, dass der eine gerade nicht wieder einmal gestorben ist, ey Das war ja schon Un-fucking-fassbar Na komm Geht doch Da war eigentlich gerade noch irgendwo einer Der Feind hat so gut wie gewonnen So, und jetzt Und jetzt Kann ich auch nichts geben machen Alter Alter, was ist das denn für einer? Junge, das war jetzt aber echt mal ein Freak, ey Scheiß doch die Wanderung Alter, was passiert hier auf einmal? Da sind auf einmal voll die Pro-Gamer Der rutscht da die ganze Zeit durch die Gegende Ach man, ein Schicksil ist gefallen Cool Das hab ich ja noch nie Ah, jetzt häng ich hier an dem Scheiß Soundfest, ey Ich roll gleich hier, ey Das darf doch alles nicht wahr sein Kann man dazu hören, ob das das Wetter oder was Sehen wir hier noch einen, oder? Schade 10 zu 6 haben wir noch geschafft Ciao Leute Ich würde sagen Haut rein, bis zum nächsten Mal Wir sehen uns